Moment, das letzte Mal, wo ich diesen Song benutzt habe, habe ich einen Copyright-Claim bekommen. Ja, machen wir das nochmal. 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 Ja. 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 Ja, naja, wie sagt man so schön, besser später als nie. Ja. Ja, mal schauen, also wenn die Leute es sehen wollen, kann man das auf jeden Fall so machen. Ja, ist dieses Mal ein relativ kurzes Video gewesen, gibt nicht viel zu sagen, beziehungsweise zu zeigen. Heute wird übrigens auch kein Displaypart kommen, ich hatte wieder privat viel zu viel zu tun. Man kennt es ja inzwischen. Aber nichtsdestotrotz, dann seid auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Parts, wo dann das Hoodie getragen wird beim Sisters vs. Sisters Let's Play. Ja und damit Leute, bis zum nächsten Video, bis dahin, see you. Bis zum nächsten Mal.